hier noch mal ein bericht aus dem auwald habe ich gerade gezeigt wie tief die backbank unter wasser steht und hier nebenan ist der grund dafür und es regnet immer noch regen das nimmt kein ende die hochwassersituation so kurz in den jahren wird mir auch langsam etwas zu denken geben ich verabschiede mich aus dem auwald tschüss ich 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 ich